gehen wir nein wir machen das ganze also so rein praktisch dass wir da eine kiste haben so und die werden rausgepumpt und gehen jetzt hier rein nein okay das heißt wir müssen hier höher machen damit die priorisiert in den planter gehen damit sich das nicht selbst selbst quasi die 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 sie zweck nimmt erstmal soll der würde quasi hier produzieren warum gehe ich eigentlich immer da hoch das geht auch so gehen oder so sieht es da oben ach jetzt müsste es hier drin landen ja jetzt landet wieder hier drin wunderbar okay gut so dann der da so gehen wir jetzt hier hin gehen daran nehmen den channel braun packen einfach trotzdem ein filter rein und dann müssten da jetzt potatoes rein die potatoes habe ich jetzt gerade aber nicht die müsste ich erst mal da hinten holen ich habe da hinten ja noch mal ein riesen potato fällt die holen wir jetzt mal ein bisschen schneller ja wir sind ja so super mega schnell unterwegs jetzt ist das pferd schon hier das pferd von ursprünglich eigentlich auf der generator insel da hinten so kommen springen wir mal ein bisschen das ja doch irgendetwas potatoes 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 die brauchen wir hier jetzt nicht mehr die ganzen crop sticks oder die ganzen felder weil die farm wahrscheinlich genug für keine ahnung für alles produzieren wird das ist auch mal eben hier rein und scheißegal wird jetzt hier rein aber da ist sogar gerade eine hohe ja geil so hohe crop sticks potatoes wunderbar oder müssen wir die nehmen wir müssen die potato sheets nehmen ne chien chien 9 haben wir denn ein paar davon brauchen so etwa 9 wir haben zwei und 27 unidentifizierte 10 10 9 wunderbar dann haben wir 9 und 20 davon dann können wir die alle da hinten rein stoppen wunderbar schön nein nein nicht du dahin so ho und sticks so jetzt kommen die so das sind nämlich so krasse potatoes die ich mir am anfang hochgezüchtet habe growth 10 und gain 10 strength ist also stärke ist sowieso hier egal weil wir keine 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 sag mal schnell antibakterien und sowas hier haben in diesem mod pack von daher also es kommt nur auf die beiden zähne an und das ist voll und ja das bleibt das viertel in kein crop schön da das heißt hier werden so viele ich können wir disabled hier werden so viele kartoffeln produziert werden das ist die können wir rein theoretisch auch noch ab zwacken und noch zusätzlich noch in einen cash pack können eigentlich ja das könnten könnten wir später eigentlich auch noch machen erst mal erst mal will ich zusehen dass wir das jetzt ins laufen kriegen so das heißt da hinten muss jetzt strom dran sorry 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 ich hoffe ihr verzeiht mir das ähm potatoes potatoes Poisonal Dinger könnten ja eigentlich auch da hinten rein ne scheinlich vorz so das kann weg ja die können auch immer können auch einfach weg die kann ich mir in unmengen neu machen potato seeds habe ich da hinten noch ein paar können weg beziehungsweise ich habe sie ihr ja auch also guck mal schon zu 28 prozent gewachsen ähm so wir brauchen den connector das relay und wire coil so und dann müssen wir nämlich nicht das ist jetzt eigentlich ein bisschen äh man äh doof jetzt müssten wir eigentlich gucken dass wir soo jetzt müssten wir eigentlich boom dann machen wir da einen hin dann machen wir das ist jetzt kacke hm 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 metre was machen wir machen wir das denn jetzt ne da will ich da will ich da will ich Ich will ich will ich will warte mal haben wir nicht einen wie 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 heißen die immersive engineering block immersive engineering einen wooden post genau zwei zäune treated wood fence sehr geil und stone bricks so die will ich jetzt mal so langsam anfangen zu basteln haben wir haben wir wunderbar nein so so und stones so daraus machen wir jetzt das kann wieder aus stone bricks so die kommisse darunter und schon haben wir schon mal 12 post nice aber gab es die nicht auch in powered lantern die hatten doch auch so ein ein den man nicht aufstellen muss sondern den man auch an die wand machen kann oder wo man 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 wurden warm so und ach so 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 jo alles klar machen wir auch einfach mal 48 scheißegal aus die kacke so dann let's go let's go let's go let's go let's go jetzt müssen wir nämlich anfangen wahrscheinlich werden wir jetzt alles auf hv umrüsten und dann werden wir diese wurden post brauchen und dann können wir eigentlich schon mal hier schon mal einen hin machen und müssen wir da jetzt ach müssen wir da jetzt erst die komischen wurden dinger erst dran machen oder wo sind sie denn ach da ne 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 nö Ey, kannst du mir nicht erzählen Kannst du mir doch nicht erzählen, nur weil da jetzt Wie scheiße ist das denn jetzt Ernsthaft Okay, das muss ich mal eben nachgucken Okay, alles klar, ich hab's nachgeguckt So, ich bin jetzt eine Ecke schlauer Und zwar so Mit dem Hammer da draufhauen So, und schon hängt es Das ist aber echt niedrig Naja Ist halt so So Dann haben wir jetzt aber Warte Wall Mount Und Den machen wir jetzt mal Genau Dahin So Ja, toll Ist klar, dass das nicht geht Jo Na komm schon Jetzt mach Von da Was soll denn das Ach, du hängst jetzt zu tief, oder was Geh weg Bricks Kommt jetzt da wieder einer hin Nee Kommt Du jetzt da hin Du da hin Du da unten drunter So Du weg Und dann fällt der auch ab Geil Okay Okay Wart mal Geht das so Ja Wenigstens geht das Okay, gut So Du da hin Ähm So 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 Ja Geht Geil So Und Hier müssen wir dann ja auch noch Sah jetzt so aus, als hätte ich was kaputt gemacht So Dann müssen wir hier auch noch unten Daran Strom Und Wo machen wir das Ding noch hin Das geht garantiert nicht Ähm Wart mal Geht das so 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 Jetzt bin ich richtig bekloppt Nee Ist obstructed Schade Okay Wart mal Dann Machen wir Den hier hin Hängen den Hier unten drunter So Von da Nach da Nein Geht nicht Aber Von So Nach da Ah Das geht So Und von da Nach Da geht Hahaha So Das Der ist verbunden Mit dem Mit dem Mit dem Da oben Wunderbar Das haben wir also schon mal Und So Das geht